Bomba hat's schon in ein Makro gelegt, du. Was hat er denkst du? Das ist ja nicht so. Hahahaha! Ich drehe meine Arme! Fuck, ich hab den nicht gehittert, ey. Nicht verarschen, der war in der Mitte. Das ist der krasse, ne? JA! Hahaha! Einer ist an Spielplatz. Einer ist Bikurz, der muss Lowlife besitzen. Hahaha! Ah! Konnekt doch, ey, hilf mir doch mal! Hahaha! Geil! Leg9 noch schon, oder was? Leg9, oder? Leg9, oder? Leg9! 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 Hast du dir jetzt nen Headshot gegeben? Ja. Achso. Hahaha! Was willst du? Leg9, oder was willst du? XM14, die die Autos schlupa. Boah! Wo ist die denn, Hä? Wie, äh, da! Schwer! Junge! Was ist das? Hoha! Bei Franny, bei Franny wird gesofft, Alter. Schöne. Jaaa! Hinten letzter! Hinten letzter! Jaaa! Geh doch weg! Alter! Hahaha! Was war ich? Oh, Alter... Bomb has been planted. Und... Jetzt mal ein Krupperhaut, du wiegst an! Was war das denn? Was war das denn? Was war das denn? Was war das denn? Ihr müsst jetzt nicht gut sein. Lukas isst random, im O-Ü-P-N-W-O-F-E-O-Spaghetti-Tun-Fisch. Ich geh mal gucken. Hä? Lukas, du bist... Lukas, du bist zu dumm, um Assi zu sein. Raff doch doch mal. Das sagt mir so ne Versoffene hier... Ich hab Schlampe gesagt, du Idiot. Ja, ich weiß was du sagst. Ich weiß was du sagst. Ich weiß was. Dicke triggert. Dicke triggert. Dicke triggert. Dicke triggert. Wir können gemeinsam singen, aber nicht gemeinsam reden. Boah, Lukas ist sowieso gut. Junge, du hast so eine große Kartoffel in die Brühe geworfen. Hinter dir, hinter dir. Hinter dir. So. Lukas, hinter dir! Jawohl, da! Jawohl, Alter! Hinter dir, hinter mir! Ich drehe mich, Alter! Weißt du, ich steh hinter dem, ne? Bin den die ganze Zeit am heilen. Kann Lukas mal bitte so ne Hitlerrede nachsprechen, Alter? Das wird ja richtig authentisch. Alter, und ich sag dreimal hinter dir. Der guckt immer wieder in die andere Richtung. Das wird ja richtig authentisch rüberkommen, Alter. Was wird authentisch rüberkommen? Wenn Lukas so ne Hitlerrede nachsprechen will. Heils Mauleng! Heils Mauleng! Heils Mauleng! Heils Mauleng! Heils Mauleng! Der hat gar nix gesagt! Ich hab mal ausgefallen, oder? Aufgefallen, dass Niklas aussieht wie Sams? Sams? Hä? Ja, Sams im Glück, Mann! Wer kennt das denn nicht? Wer ist denn Sams? Er meint dann Sams. Sams, oder? Bist du ein Sprachligaszeniker? Ja, dann halt Sams, Alter. Boah, aber... Das Ding heißt Sams? Ja? Weil es Samstags kommt. Ja, dann halt Sams! Ja, Alter. Als ob du er... Als ob du gedacht hast, das ist echt Sams. Mom, mom, geh mal... Ob ich jetzt Sams oder Sams sag? Wie kann man denn so keine Ahnung von Kindheit haben? Bist du behindert, Alter? Das ist echt, ja, ich wollte dich erwähnen. Du flachst hier ab in dein Maul, Alter. Halt doch die Kasse jetzt, Mann! Ist doch der neue Charakter irgendwie expandable, oder? Hahahaha! Das war der Beste, Alter. Das Maul jetzt. Das ist so ein retard, ne, Alter. Boah, ich kann doch auch Sams das sagen, was ist der Problem? Expendables, Alter. Du bist ein Spack, ne? Bist du? Haha. Haha. Oh, bist doch dumm. Bist du noch nicht besoffen, aber irgendwie. Bist halt... Besoffen gehst du auf alles ab. Nein. Doch, da könntest du sagen, Zwiebeln sind gerne dreistig. Oh, Alter. Da sind wir, da kriegst Zwiebeln, Alter. Ich muss das Zimmer sagen. Mach dir halt's für mich aus, mir ist kalt. Ja, dann zieh dich in. Mir ist kalt. Das ist so. Was? Zieh dich in. Hahahaha! Oder was? Dann hör ich mal noch. Oh, LOL! Nice, Chris, Alter. Letzter kurz, letzter kurz. Erlebt noch zwei. Noll. Nice. Nice. Keep my love. Fade! F-fuck! Waf, 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 waf. Und... Boah! Du wirst an. Du wirst an. Ja! Äh, Tor, letzter, Tor, letzter, den hast du ja gesehen. Nice, Mann! Oh, ne, der hat sich noch geholt. Oh, ne, der hat sich noch geholt. Um... Nice. Oh, Tor... Oh, Tor... Hey, 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 hey... Hey, 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 hey... Hey, hey, hey... Hey, 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 hey. Hallo? Warte kurz. Warte kurz. Das ist noch einer... So, ja, kurz... Nice. Langt los, Alter! So, Christian, jetzt kommt's. Ich hab' die gemolot, langt los. Ey, der ist tot, der ist Ziel oder? No! Ja, ich weiß nicht. Dort, Chris! Oh, mein Gott! Ich weiß nicht, ich weiß nicht... Alter! Highways ab. Highways ab. Ich hab' mir auch mal gestanden. Highways ab, Highways ab. Das stein mit die Full. Full? Das Full, das Full, das Full. Das ist aufgeregt. Nice, Mingo. Der Highways raus. Wir sind ja gar nicht aufgeregt. Unspot. Das war ein Unspot. Ja, Unspot 2. Letzter ist Unplung. Ich frag dich im Deck ja 12-0 haben. Ich weiß auch nicht, wie der 12-0 haben. Junge, ich hab Move-Bands. Achso, Bot-Move-Bands. Achso, Eddie. Schieß die weg, Alter. Wie Christian, Alter. Wo ich die Fiegel da weggeschossen hab. Bounce die wieder zurück, Alter. Auf Short-Train? Ja, okay. Arschloch. Sei halt auf Mute. Der Chris hat nicht genügend Torque-Power. Ja, glaub ich auch. Hoffentlich, hoffentlich über die Wall, Alter. Hoffentlich über die Wall, Alter. Wir ziehen uns. Da müsste irgendwie so, dass die hier unten den Schaft trefft, oder so. Wo ist die hin, Alter? Wo ist die hin, Alter? Wo ist die hin? Hey, ich wollte der Schlauste Mensch der Welt sein! Ich wollte der Schlauste Mensch der Welt sein, what the fuck? Der hat nicht die Waffe wegge-Genedet, Alter. Hä? Ich wollte der Schlauste Mensch... Ich war der Schlauste Mensch der Welt und wurde bestraft, oder was? Ja, weil du der Dümmste bist. Nee, der Schlauste. Checkers und unter Heaven. Jemand muss die doch haben, jetzt? Hä? Nee, die ist irgendwo hingeflogen durch die HE. Der Deagle ist. Ja, aber... Ach komm, jetzt kannst du ja doch nicht erzählen, ey. Jetzt hab ich gar keiner... Ja, such die Deagle jetzt. Scheiß auf die Grunde. Ja, hier ist ja nicht mal gar nichts. Hast du die im Laufen gegeben? Der hätte mir so im Laufen gegeben. Ja, die ist hier nicht! Oder die ist durch die HE nach oben geflogen. Kann natürlich auch sein. Ja, die ist doch irgendwie in die Richtung hier geschossen. In die Richtung hier. Was machst du denn noch da? Die ist in die Richtung geflogen. Tja. Muss doch hier sein. Da ist er doch! Der liegt unter dir, du Idiot! Ja. Okay, bei B waren drei. Ich war doch durchlaufen. Ich hab Main. Hast du nicht, Main ist drin! Also, ja, ab jetzt. Wenn der rauskommt. Wo ist der denn? Ja, soll doch das sein. Ich hab keinen Schuss mehr, Mann. Egal, geh einfach weg, der ist defused. Alter! Die Hunde hast du aber trotzdem ein bisschen scheiße. Tschüss Jason! Der lebt aber! Ja! Ja! Auch okay! Hätte ich nicht... Weißt du, du bist nur gestorben, weil ich vergettet habe des Todes. Ja! Der ist wohl weg! Na, hol den! Mit Paket? 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 Das ist voll der Scheiße! Alter, ich auch! Brailing Post, Alter... War das einfach.. Was war das? Nein? Perfekt. Wo will er denn hin, Alter? Ja, 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 ja! Lang! Lang! Ja, 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 ja! Ah, schießen! Rechts! Was ist das letzte? Rechts, 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 rechts! Rechts! Boah, Alter! Hör mal, suchst du einen Penny? Du sagst rechts, ich drehe mich einfach um, Alter! Ja, aber trotzdem suchst du irgendwie einen Penny! Unter dir! Rechts! Nice! Nice! Äh, da sind noch welche, da sind noch zwei... Oh! Rechts! Da, wohin! Jetzt, jetzt geht's los! Hahaha! Hahaha! Oh, da hängt er mit seinen Armen! Oh, wie kann man denn so süß sein! Oh, wie kann man denn so süß sein! So süß bin ja nicht mal ich! Oh, wie kann man denn so süß sein! Ja, okay, prob mal wie cool, wie er sich freut, Alter! Weil irgendwelche Leute da frackt! Süß! Oh mein Gott! Die Welle! Nicht mehr! Nein! Gott, du, Eri, verloren! Wo war der? Chuck! Ich hab'n Molo für alles! Wusstest du, du Hure! Ich zeig' auch was ich... Ah! Toiletten! Toiletten! Da war der 30 AP, der ist gar nicht da rein geworden! Ja, wow, Alter! Balanced Game, Alter! Hä? Du hast ihn hängen geworfen! Hahaha! Gar nicht, du hast ihn zu weit geworfen! Hä? Nein! Ist die rings um in Deck, ob einer Connection braucht! Hab' ich nicht! Hahaha! Ok, der letzte ist auf... Nee, das können wir sein... BROYTZGARNI!!! Hahaha! 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 Ich glaube, ob er verkauft den zum Polen oder so... Bist du im... Bist du Professor mein Bruder? Hahaha! 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 Der letzte genommen Brützgar nie, Alter! Hahaha! Der ist in deinem Sumpf da wohl, ne? Mein Sumpf, oder? Sagt der der... Pshhhh! Glödel kommt sofort, der muss fürs Bett bitte... Sagt der Glöckner von Notzudamm, Alter! Alter Momma, was für ne... Logik! Wat? Was für ne Logik, sag ich gut! Besser! Warum's hat... Alles klar! Ersterzeuger? Hehehehe Ich kann auch schon gemacht, so... Warte, warte, Kinderriegel und ähm... Röcherteig He, lach doch mal Du, der hat mein Leibgericht beleidigen... Mein Leibgericht beleidigen... Mein, mein Leibgericht beleidigen... Mein Gott, ne! Mein Leibgericht beleidigen! So! Du liebe Christian Leibgericht... Ja... Huuuuh! Geh mal Richtung T-Spawn, ne! Ey, das war so dumm... Ich hab mich da umgedreht, Mann! Meeehhh! Jaaa! Jaaa! Connector POOOOOOSCHT! Boah! Der schmeißt einfach alle Nails raus und... Hammer! Ich will Paul's mir mal... Jaaa! Nein, jetzt reicht's! Ich hab auch gedacht, dass Destiny viel später kommt... Hast du Momba für seine dummen Aussagen, ne? Ich hasse dich für deine... Ich werd ab jetzt... Ich werd ab jetzt alles aufnehmen, was du sagst du dir immer vorspielen... Ja... Überhaupt ist nämlich immer dumme Scheiße... Und dann sagst du, da hab ich nie... Hab ich dir gesagt... Nein, nein... Ja... Ich bin der perfekte Momba, ich sag nie was Falsches... Ja... Und du rastest immer für behinderte Scheiße... Ich hab einfach gesagt... Ja Mama, wir spielen aber ohne nichts COD... Ja, dann sei doch mal weniger aggressiv... Interessiert dich... Was interessiert dich das denn? Boah... Du bist doch jetzt wieder aggressiv... Nee, du hast... Ich doch grad... ...gefrontet, ey... Ich hab einfach gesagt... Ich hab einfach gesagt... Mama, wir sind dann aber schon ein bisschen höher, nämlich... Nee, du hast gesagt... Du hast direkt gesagt... Du hast gesagt... Wie? Du holst dir kein Destiny? Dann bist du raus! Du spielst nie wieder mit! Dann ist doch unglaublich! So bist du ausgetickt, Alter! So bist du ausgetickt... Ja, schön, gleich! Und wenn ich wieder das spiele... Und wenn ich wieder das spiele... Nächsten Jahr Februar hol, Alter! Dann ist doch ein Scheiße! Ich spiel nie wieder mit! Ich mute ihn einfach von 2M... Boah, du... So dann bist du raus! Oh Gott, ey, wir kommen so ein Mädchen zu dir mit! Weißt du, Destiny, ein Spiel, wo es ums Leveln geht... Ich hol mir erst dann ein paar Wochen später... Ich hol's mir erst im Dezember, Junge! Ja, ich hab ja auch nur gefragt, wie der aktuelle Stand ist! Ja, ich hol's mir erst im Dezember, weil ich nicht in einem Monat 120€ für Games ausgebe! Wenn sich das nicht alle holen, dann ist das... Ja, okay, ich hab halt nur Mama gesagt, wenn wir genug sind... Was? Was ist los? Was ist los? Was ist denn? Was sagt der Fette? Was sagt der Fette? Was ist denn? Was sagt der Fette? Der sagt gar nichts! Was ist klar? Was? Ja, wo der steht! 30 HP! Guck, guck mir zu, okay? Ja, Leute, guck mir zu! Rani, mach das nicht so! Uuuuuh! Mach das doch so! Rani, sheetest du gerade gegen! Ach, Rani, ist du da just aim, Alter! Gott, du bist so'n geiler Penner, ey! Das ist auch n' Drop! Gib mir die Runde! Ja, lass mal gleich nochmal machen, Chris, weil... Ist nicht meine Runde heute jetzt! Also, was heißt heute? Jetzt! Das hat man schon mal, Alter! Achso! Was heißt heute? Jetzt! Wie kurz hat gesteppt? Ach, wart auf! Hecht Jump! Hecht Jump! Hecht Jump! Hecht Jump! Hecht Jump! So, siehe wen aufhören! Hecht! 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 Boah, jetzt! Boah, jetzt! So was... Boah! Ich kümmern! Eigentlich! Dreimal die Woche! Rasen! Englischer Rasen! Spaß dir, Alter! Hecht! Der le... Ist der Rasenmäher-Tester, Alter? Der hat immer n' anderen! Hecht! Hecht! Ich guck, ey, der muss den Job ja machen, ne! Junge! Erst kommt... Rrrrrr! Rrrr! Rrrr! Okay! Bist du Kärme hinter? Also, ich glaub, die Rasenmäher-Tester sind all kaputt! Er ist Rasenmäher-Tester, ohne Bräuche überfügt! Ohne, Alter! Hecht! Zwei Stunden weg, oder so! Womit? Ich fress eigentlich wie nen Seeteufel! Du... Du frisst die Menge von nem Seeteufel, aber nicht die Geschwindigkeit von nem Seeteufel! So! Machen wir... Machen wir mal bisschen Anglerfisch! Hä? Ja, du bist ein Anglerfisch, oder? Glaub schon! Aber dummer Anglerfisch! Was willst du jetzt von mir aus? Stop talking! Ja, ob du ein Anglerfisch bist, hä? Na ja, nein! Wann weiß ich nicht, was ich antworten soll! Sag einfach ja! Dann hätte ich dich gefragt, mit oder ohne Lampe! Ja, wir haben eher einen Schlampe! Mit oder ohne Lampe! Ma mit, Mann! Gut, dann bist du ein Weibchen! Was? Was ist das? Warte, weiß ich, was das ist! Alter, Link macht da alles! Wie ich jetzt angehättet! Wie viel Edge das hier kostet! Was? Ja! Das Dreck... F***! Wir werden aufgeben! Mitten! Boah, Alter! Boah, Alter! Boah, hast du! Ne? Wo? Ja! Danke! Oh, Alter! Nein, ich hintere mich wieder! Ich hasse mich dafür! Ich hasse mich dafür! Ja! Ja! Mann, nein! Boah, wie schlecht bin ich eigentlich? Ich könnte mir den Verfahren haben! Ich muss mal hingucken! Ich guck mal einen chill! Das ist der Struck, der Struck! Ne, aber du kennst das, wenn jemand von uns irgendwie einen Vibe hat, dass wir da alle so hinterher sind! Ja, das ist halt echt so! Außer bei Längsvibe, die wird ihr aus! Die wird der nur als Vibe! Mit langen Haaren! Ach so, Alter! Alter! Ah, kann hinkommen! Junge, meine Zeit ist Wrecking Ball, nur dass er nicht Ball ist! Wrecking, Alter! Wrecking Ball! Wrecking Ball! Ja, ich war halt überm Kopf! Ey! Dieses Spiel, ne? Das... Reichts! Oder? Bin nicht blind! Reichts! Oder? Bin nicht blind! Irgends! War da nicht einer? Nein, links! Warum? Ja, damit ich mich da hinschillen kann und schön Netflix aufm Fernseher gucken kann, statt aufm Handy! Aufm Handy! Aufm Handy! Halt dein Maul, Henk, Alter! Wie kann man denn aufm Handy einen Film gucken? Oder eine Serie... Ja, das will ich ja eben nicht! Deswegen hab ich jetzt noch mal Tratzel liegen! Ja, aber du hast doch gesagt, du setzt dich dahin, um auf deinem Handy zu sehen! Nein, ich hab gesagt, ich setz mich hier hin, damit ich endlich mal aufm Fernseher gucken kann, statt aufm Handy! Nein, du hast gesagt, ich leg mich dahin und... Nein, das hat er wirklich gesagt! Nein, das hat er wirklich gesagt! Nein, das hat er wirklich gesagt! Der hat gesagt, dann kann ich endlich mal aufm Fernseher gucken, anstatt aufm Handy, hat er gesagt! Nein, hat er nicht! Doch! Ja, damit ich mich dahin chillen kann und schön Netflix aufm Fernseher gucken kann, statt aufm Handy! Achso! Ja, das war gleiche Idee, oder? Hey, Fettbeard, leg mal! Ja! Leg mir mal ne Arme! Zu spät! Ich krieg dir niemals wieder irgendwie ne Arme, wenn du... Du hast das gesagt, bevor du gesagt hast, dass er sich hier droppen soll! Bist du dumm? Warum spielst du in den letzten beiden Runden keine Waffe? Außerdem hab ich dir erst gesagt, krieg mir mal ne Arme! Nein! Nein! Das kann jetzt ja mal jeder bezeugen! Nein! Nein! Man will doch nie mal ne Arme! John Howard, was denn das was für einen Juppesaher? Das Beste und die七te sehr Sonja … Die Bombe hat schon auf ein Makro gelegt, du! Es ist echt so! Fertig ist ja nicht so! Na gut so! Wir treten so meine Arme hart! Also... Y'all come.